So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rahm's ist der Dicke eben noch gestreamt und jetzt schon wieder hier mit den neuesten News, denn der Event-Kalender für Mai ist jetzt endlich da und erwartet nicht zu viel. Es wird eigentlich weiterhin ruhig bleiben, aber irgendwie wird es auch richtig brutal, denn das Mega-Event ist ja jetzt gerade da mit Mega-Kangama. Das geht noch bis in den Mai rein, Anfang Mai, und dann kommen wirklich die allerersten legendären Mega-Entwicklungen. Auch wenn Kabukime kommt, was viele nicht interessieren wird, kann man ja sich erstmal auf die Mega-Entwicklungen, auf Mega-Latias und Latios stürzen. Aber jetzt kurz hier im Überblick, was gibt es alles im Mai? Community-Day im Mai war ja schon angekündigt am 21. Mai, Samstag, wieder Samstag. Also Alola Kleinstein, komischerweise nur Alola Kleinstein und nicht das Kando Kleinstein dazu. Ich hätte es besser gefunden, wenn die wieder beide bringen. Wie sie es bei Sandan gemacht haben, das Kando und das Alola, machen sie nicht, kann man nicht nachvollziehen, ist Quatsch. Bevorstehende Events. Ein Mega-Moment. Die Mega-Entwicklung erhält ein Mega-Update, das wissen wir ja schon. Das Ganze geht also bis Sonntag, den 1. Mai, 20 Uhr, dieses Event, auch mit den besonderen Spawns, die kommen. Mega-Kangama bleibt aber selber bis zum Dienstag noch. Nicht bis Sonntag, sondern bis zum Dienstag. Außerdem habe ich auch schon gesagt, am Sonntag wird es also einen Kangama-Raid-Day geben von 11 bis 14 Uhr am 1. Mai, dem Sonntag. Habt ihr im letzten Video schon gesehen. Pokémon-Luftabenteuer. Richtet euren Blick in den Himmel. Megalatias, die ersten legendären Pokémon mit einer Mega-Entwicklung in Pokémon Go, haben vom Dienstag, dem 3. Mai, bis Sonntag, den 8. Mai, einen ganz besonderen Auftritt. Da gibt es ja dann auch wieder irgendwelche Pikachus mit Luftballons, andere Luftballons hin und her. In Okinawa findet da auch ein Event statt, wo man ein Ticket braucht. Da werdet ihr auch noch einiges drüber hören dann. Wasser-Festival. Donnerstag, der 12. Mai, bis Freitag, der 20. Mai. Erwartet euch eine Flut an Wasser-Pokémon. Schreibt euch das alles in die Kalender rein. Und Alola an Alola. Von Mittwoch, der 25. bis Dienstag, der 31. Lassen wir all die Abenteuer, die ihr Trainer dieses Jahr mit den Alola-Pokémon erlebt habt, doch einmal Revue passieren. Gibt es noch Alola-Pokémon, die gerade noch nicht in Shiny da sind, die dann vielleicht kommen könnten? Viele haben natürlich jetzt gewartet. Also zu diesen einzelnen Events wird es dann speziell nochmal Ankündigungen geben. News, welche Spawns da alles sind, welche Pokémon, welche Raids. Das sind erstmal die Events. Jetzt aber die Pokémon in Raid kämpfen. Wir wissen momentan, ist der Demeteros in der Tiergeistform da. Ist ein richtig starkes Pokémon, wissen wir alle. Die meisten wissen es aber wahrscheinlich trotzdem nicht. Denn irgendwie raidet das so gut wie keiner mehr. Obwohl das einfach richtig guter Bodenangreifer ist, richtig stark wird. Da sollte man sich auf jeden Fall ein gutes mitnehmen. Das erste Mal jetzt auch als Shiny verfügbar. Raidet das noch. Das Ganze bleibt bis zum Dienstag, dem 3. Mai. Dann dachte man sich schon, dass natürlich dann Kabu-Kimme kommt. Oder auch nicht. Hä? Bis Dienstag, 3. Mai. Und dann hier Dienstag, 10. Mai. Das heißt, es gibt eine Woche lang keinen Fünfer-Raid, weil Latias und Latios kommen, oder was? Deswegen haben die das so gemacht. Der Fünfer setzt eine Woche aus. Wenn die Daten hier wirklich stimmen, kommt nicht am Dienstag Kabu-Kimme, sondern erst den Dienstag danach, weil ab Dienstag Latias und Latios kommen in Mega-Raid. Und dann ist Kabu-Kimme nämlich auch nur 14 Tage da. So wie zuvor seine anderen Brüder und Schwestern auch schon. Das ist nicht 3 Wochen, das ist nur 2 Wochen. Aber dazwischen schieben sie jetzt noch Latias und Latios. Schreibt euch die Daten auf, das ist wichtig. Dienstag, 3. Mai, Demeteros geht. Und erst am Dienstag, 10. Mai, kommt Kabu-Kimme. 2 Wochen bis zum 25. Vom 25. Mittwoch bis Mittwoch, der 1. Juni, kommen alle 4 nochmal. Kabu-Riki, Kabu-Fala, Kabu-Toro, Kabu-Kimme. Nichts davon als Shiny, aber alle nochmal. Wenn ihr noch ein Gutes braucht von einem, könnt ihr gezielt darauf raiden. Mir gefällt Kabu-Toro immer noch am besten. Ist meiner Meinung nach auch das stärkste. Ich würde weiter Kabu-Toro-Rades dann bevorzugen. Auch bei den Raid-Manias, die dann stattfinden, würde ich in erster Linie Kabu-Toro-Einladungen annehmen. Werde ich euch aber auch nochmal dazu sagen. Mega-Rades. Ihr wisst jetzt, bis zum Dienstag ist Mega-Kangama da. Ihr könnt jetzt am Wochenende raiden. Wir haben das auch gestreamt. Sonntag, der Raid-Day mit Kangama. Und dann von Dienstag, wenn Demeteros geht, 3. Mai bis Dienstag, 10. Mai, kein 5er, aber Mega-Latias und Mega-Latios. Das wird auf jeden Fall auch richtig brutal. Ich habe beide als Hunderter. Ich habe beide als Shiny. Ich möchte beide auf Level 50 ziehen. Ich muss ganz viel raiden bei denen. Mega-Energie gibt es halt nebenbei dann auch. Aber ich muss ganz viel raiden, denn ich möchte beide auf Level 50 ziehen und möchte das in der einen Woche hinkriegen, so viele Raids zu machen, dass das dann funktioniert. Wie wir das mit den Streams machen, weiß ich noch nicht. Muss ich mal mit den anderen reden. Dann Dienstag, 10. Mai, wenn die weggehen, kommt also dann Mega-Tour-Talk in die Raids. Mega-Tour-Talk kommt also gleich, gleichzeitig mit Kabukime. Ist beides auch so wassermäßig, wie man sich das anschaut. Ein Wasser-Pokémon. Das andere sieht auch aus wie so ein Olga. Bis zum 25. Mai. Und dann, wenn alle vier Kabus kommen, haben wir Mega-Altaria in den Raids. Mega-Tour-Talk und Mega-Altaria, für mich uninteressant. Für mich das eigentlich das Highlight. Mega-Latias und Mega-Latios. Der Rest wird einfach so hingenommen. Raids-Stunden habt ihr hier. 4. Mai, Mega-Latias. 4. Mai, Mega-Latios. Sind halt beide da. 11. 18. Und 25. Mai. Kabukime. 25. Mai. Aber auch Kaburiki, Kabufala und Kabutoro. Also Kabukime kriegt zwei normale. Und dann sind alle vier gleichzeitig am 25. Mai in der Raids-Stunde. Schreibt's euch auf. Ich bevorzuge Kabutoro da. Pokémon beim Feldforschungs-Durchbruch im Mai. Alola-Slimer. Auch als Shiny erhältlich. Joa, warum nicht? Passt dazu zur Alola-Jahreszeit. Pokémon-Rampenlicht-Stunden. Wingull am 3. Mai. Doppelte Fang-Bomboms. Wer das Shiny noch braucht. Am 10. Mai Kamau mit doppelten Verschick-Bomboms. Was ja zum Go-Fest wohl dann eigentlich auch Shiny sein kann. Und jetzt kriegt's vorher schon seine Rampenlicht-Stunde. 17. Mai. Kabador. Für alle, die noch Bonbons brauchen. Oder noch kein gutes Garados haben. Oder irgendwas. Doppelt so viele Entwicklungs-EP. 17. Mai. Kabador. Shiny. 24. Mai. Jorob. Doppelte Menge Fang-Staub. Jorob. Cooles Pokémon. Doppelt Staub. Ist wahrscheinlich eine der besseren Stunden. Obwohl Kabador finde ich einfach immer klasse. Ich feier Kabador als Pokémon. Ich glaub, Kabador gefällt mir am besten hier. Und 31. Mai. Pepeg. Doppelt so viele Fang-EP. Aber kann nicht Shiny sein. Gab's ja jetzt erst ganz vermehrt in den letzten Events. Ist jetzt nicht so interessant. Da find ich selbst Kamaube auch interessanter. Außerdem werden Mützen aus der Jahreszeit der Herkunft wieder im In-Game-Shop verfügbar sein. Kapuno-Mütze wie Skorahut FM-Kappe. Also die konnte man ja aus den drei Belohnungen kriegen. Aus den drei Forschungen, die es da gab. Aber da musste man auch wieder mit Ticket und Ohne und was weiß ich. Jetzt könnt ihr die kaufen. Macht's nett. Es lohnt sich eh nicht. Guckt, wie das aussieht. Ja, in der Mitte, die sieht lustig aus. Der Rest ist Quatsch, finde ich. Einführung des Kumpel-Widgets. Ab Anfang Mai ist ein neues Widget verfügbar. Ihr könnt dieses Widget im Startbildschirm eures Mobilgeräts hinzufügen, um euer Kumpel-Pokémon immer im Blick zu haben. Das ist auf jeden Fall nützlich für viele, die dann viel interagieren, laufen, kämpfen, machen, tun, füttern, alles, dass sie das schön im Augenlicht haben. Und ansonsten waren das die News. Das war schon der Mai-Kalender. Also die Rampenlichtstunden für mich trotzdem nicht so krass. Der Forschungsdurchbruch nicht so krass. Kapokimme wussten wir schon. Aber jetzt Mega-Latias und Latios sind auf jeden Fall das Highlight. Da werde ich raiden, auch wenn die hier komplett gleich aussehen. Was sind eure Highlights? Auf was freut ihr euch? Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Bis dahin.